Okay, da bin ich wieder. Playloop State. Ich bin noch nicht im Kreis hier. So, danke schön. Danke schön. Danke schön. Hätte ja sein können. Wow, fuck, fuck. Bleib auf hier. Oh, Mini-Gun. Hatte er noch gar nicht. LOL. Nice. Gefällt mir. Kann man machen. Auf jeden Fall. Für die könnten wir uns mal ein paar Upgrades holen. Mal ganz kurz. Ich gehe mal hier in meinen Safe Rune. Dankeschön. Hier kann man schon ein bisschen mit sich selber spielen. Upgrades Awaitments. Können sowieso mal gucken, was hier so an Upgrades ist. Hier zum Beispiel können wir uns mal dieses Lock-On-Dings da bewusst noch holen. Das ist geil. Detonation, brauche ich nicht, nutze ich einfach zu selten sowas. Das ist eigentlich richtig geil. Hey, nee, warte mal. Another spinning of burbles. Achso, ja, doch, genau. Doch, doch. So, jetzt können wir das Ding nämlich schon vorher andrehen lassen. So, andrehen lassen. Und können dann einfach, wenn wir soweit sind, dann mit Linksflück feuern. Und nicht, dass man praktisch erstmal mit Linksflück feuert und das Ding dann erstmal hochtouren muss. Da kann es nämlich sein, dass dann der Gegner einen schon umgebracht hat, während das Ding noch hochdreht. Und deswegen halt immer dieses Vorlauf, damit wenn man schießt, er gleich sofort ohne Verzögerung schießen kann. Das ist definitiv sinnvoll. Und bei dem Ding, ich meine, Lock-On erklärt sich eigentlich schon selber, ne? Ich glaube, da bedarf es keiner weiteren Erklärung. So, Pistole. Äh. Da einmal so aufgedrückt. Shotgun haben wir auch schon alles, was sinnvoll ist. Da haben wir auch schon. Jo, und bei mehr nutze ich ja gar nicht. So. Das war eigentlich schon alles, was ich so aktiv nutze. Äh, nein. Da. Okidoki. Können wir ja mal bei Zeit noch ein bisschen hier Heavy Wave ins Auge machen. Einsetzen. Meine Heavy Assault Rifle hier. Äh, die hier. Nutze ich ja auch viel zu selten. Da gibt es ja auch die abkürze K. A.R. Heavy Assault Rifle. Äh, äh. Heavy Assault Rifle. So rum. Auf deutsch so viel wie, äh, auf deutsch so ganz frei übersetzt. Schweres Stromgewehr. Also, ja. Ach, das war so klar. Ich hab's genau gewusst. Fuck. Aber, w-w-w-w-warum lasse ich neu weg? Wir müssen ja eh durch. Ach, Mann, ey. Was? Achso. Wacht schon. Schon wieder keine Sequels, obwohl die Kerzen liegen. Gut. Okay. Wo ist die Pfütze? Da ist die Pfütze. Wir müssen da möglichst schnell durch. Ich seh' da keinen Strand. Wir müssen da wirklich extrem schnell durchlaufen. Wow, wo geht's denn hier? Oh nein. Oh my goodness. Ahhhh. Wohin? Die ist doch über Halssäure. Ähm. Fuck. Lecker mir. Meine Rüstung ist schon wieder im Eimer. Hat ich überhaupt eine? Ich weiß grad gar nicht. Hatte ich eine Rüstung? Auf jeden Fall ist es hier so im Eimer. Alter, wo ist das so? Alter, man sieht hier... Okay. Herr Lele, Kopfschuss. Weg. Ey, dieser Rang sieht doch mal nichts. Ah, doch nicht. Äh. Ja, sieht leer aus. Okay. Fuck. Berserker. Dankeschön. Hoffentlich bringt der uns auch irgendwas. Hä? Ja, doch, scheint zu funktionieren. Wir haben mit Menke bis umgebracht, äh, die Kato-Diemann, ohne zu merken, dass wir Mut gebracht haben. So, wo geht's jetzt weiter? Ah, fuck. Das war jetzt richtig dumm was. Oh, so, wer weiß. So, aber wird jetzt schon kein Schaden, wenn wir hier rumfliegen. Hier hat sich jetzt was geöffnet. Komm mal hin. Da waren wir noch nicht. Hier können wir aber auch nicht hin. Ach ja. Ah, für die hat zwei der, wo das Ding kommt. War es eine Verschwendung, und das heißt, unsere Setzfeld ist abgelaufen und wir haben den kaum nutzen können. Oh ja. Ja komm, ist doch Bullshit. Ah, wir haben nicht gespannt. Wir haben gar nicht. Ich bin schon am Arsch. Ah, Mann ey. Leck mich halt einfach am Eisbergsalat. So, anraben. Oh, wir haben Kerzen. Oh, ein Sequel. Oh, eine Käptensäge. Äh, was hast du denn? Bin ich schon wieder in der Wand festgeklippt? Äh, kommt man hier um hier ran. Also auch legal im Blick, natürlich. Ihr wie kennt es wieder. Ne. Das ist aber wahrscheinlich das Sequel, ne? Ne, egal, warum ist das Sequel. Okay. Etwa erklärt. Ja, Rüstung bringt natürlich das erstmal gar nicht. Die verlieren wir sowieso gleich wieder durch die Prügel hier. Die mitzunehmen ist also sinnfrei. Da kommen wir nicht durch. Vergesst uns nochmal weiter. Ne, da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir, aha, hier kommen wir durch. Ne, hier war aber doch gerade. Oh mein Gott, ne, ich bin halt nicht mal laufen. Hier waren wir noch nicht. Oh mein Gott. Eine neue geheime Waffe haben wir leider auch schon. Ah, hier sind wir, hier. Okay. Dankeschön. Okay. Na komm her. Dass das funktioniert, ist ja leider Backhunt, Hunting, aber puh, wenn es funktioniert, warum auch nicht. Ne. Weil es mit der Ovidchen-Kettensilke, glaube ich auch funktioniert hat, dass man praktisch so an der Wand stehen kann und praktisch hochwegen kann, also, weil ist ja praktisch, ist ja halt zweieinhalb, zweieinhalb D, heißt also, sowas wie Schaden wird halt in der Fläche berechnet und nicht in der Höhe. Von daher, egal wie hoch der Gegner ist, er kann einen Schaden zufügen und man selber kann auch ihm Schaden zufügen, auch wenn er 30 Meter weiter oben ist. Das ist leider durch die zweieinhalb D engine so bedingt. Aber ist ja an sich ein nettes Feature, ne? Da kann ich da raus. Ne, da muss ich. Oh, ich bin jetzt unten. Gut, jetzt gehen wir erstmal da rein, da waren wir noch nicht drin, also zumindest nicht. Euronimo, wir haben die Macht der Sonne. Echt die One Punch Man, Alter, ist ja nicey dicey. Ah, stimmt ja, jetzt haben wir direkt den blauen Schüssel, äh, roten. Aha, wieder. Die soll ich jetzt aber nicht verschwenden, sobald wir so, ach, wir sind wieder am Anfang. Ah. Sobald wir diesmal sowieso gerade derzeit Berserker haben, von daher wäre das sowieso eine Verschwendung. Äh, nein, ist das aber okay. Hallo. Sobald wir so ein Riesenkrieg haben, war einfach umgeboxt. Gefällt mir. Brauchen wir ja unsere Demon Form gar nicht. Äh, wo geht es jetzt weiter? Da ist noch mal, äh, ne, das ist noch ein Heimlichemann. Das ist noch ein Sequel. Ah, da bin ich jetzt hier gelandet. Oh, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, die Rune ist bereits auch weg, man hört sie nicht mehr. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Oh, lol. Ja, die bringt es euch, hier bringt es mir doch noch gar nicht. Ich muss doch erstmal irgendwo einen anderen Key herbekommen. Einen roten oder blauen, äh, einen blauen oder einen gelben. Und dazu müssen wir hier rein. So, und wo geht es jetzt hier weiter? Ja, da ist eine Tür. Ah. Klappe, einfach mal, äh, warum wir die Klappe halten hier? Äh, Rüstung ist sowieso nichts. Da kommen wir nicht rauf. Hier kommen wir nicht weiter. Hier auch nicht. Hier kommen wir einen blauen Schlüssel. Die Frage ist nur, wo kommen wir den her? Hä? Ach so, die sind zwei Richtungen mit blauen Schlüssel. Ah ne, hä? Doch, das war der Raum hier. Bin jetzt schon orientierungslos. Kann er noch weiter werden. Von hier schon? Ja, das war der, ah, das war der Eingang. Na gut. Aber mein Gutes, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich hab grad, ach, ich hab keinen Plan. Wir brauchen einen blauen oder einen gelben Sculpt. Da können wir nicht hin. Doch, hier kommen wir hin. Waren wir schon? Nein, waren wir noch nicht. Ah. Noch mehr? Nein. Ah. Nicht so rüstet auf, damals. Die Rüstung hat sich mir fürs Ende, wenn alle Gegner umgebracht sind. Das ist auch wieder blau. Wo bist du? Komm in meine Welt. Oh, geile Karte. Ah, na, jetzt geht er hier alle Schritt auf Schritt. Sehr schön. So, hier war noch mal blau. Was gab's hier? Ach so, ja, das war der, der, der Raum, von dem wir kamen. Gut, dann gehen wir noch mal hier zurück. Und da ist dann auch schon die gelbe Tür. Ach so. Und das ist vorerst das Exit. Nee, da geht's noch weiter. Da ist ein Teleporter. Ist aber keine Falle. Okay. Jetzt erklärt, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Doch, komm ich. Dankeschön. Es sind aber noch nicht alle tot. Wir haben für alle... Äh, was? Es gibt Seel Secrets? Okay, wir sind fertig. I'm done. Ich sehe zwar gerade noch ein paar, aber da kommen wir nie ran. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Die kriegen wir niemals. Wie sollen wir da rankommen? In dem Sinne, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon mal erst genug. Ach, da ist ja auch noch einer. Wie gesagt, wir haben ja erst genug. Das reicht erst mal. Die Frage ist, ach, da komm doch hoch. Nein, da haben wir echt noch. Oh, Alter, ernsthaft. Danke. Feierabend. Kein Bock mehr hier. Äh, das ist ja. Goddammit. Dammit. Schau mit V.